Yo, 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 hallo liebe Leute und willkommen zu den Ender Games. Ender Games, Ender Games, Ender Games, Ender Games, Ender Games. Wir spielen all die Ender Games, aber heute nicht, weil Maudado meinte, wir hätten das schon vor kurzem aufgenommen. Deswegen gibt es mein, 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 Smee,pa, Swip, 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 Swip. Swip, 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 Swip. Hallo, hallo liebe Leute und herzlich willkommen. zu etwas ganz Besonderem. Heute spielen wir nämlich mit O-Saft. Ja, und zwar Minesweeper in Minecraft. Das Ganze gibt es auf dem Shotball-Server, da gucken wir uns ja immer die Minigames an und da haben wir gesehen, es gibt Minesweeper, da müssen wir natürlich direkt spielen und ich habe O-Saft auch ganz gezielt mitgenommen, denn das ist Minesweeper-Experte. Der hat Minesweeper schon auf seinem Kanal Let's Played. Ja, klar. Wer Minesweeper nicht kennt, das funktioniert so, überall, wo er einsteht, heißt das in dem Umkreis um den gesamten Block genau eine Mine ist und man darf keine Minen aktivieren. Mit Linksklick macht man, denke ich, Blöcke weg, oder? Und mit Rechtsklick markiert man. Genau. So, da hat O-Saft schon direkt... Markierungen? Von mir. Siehst du Markierungen von mir? Guck, ich kann hier auch markieren. Ich habe Orangenschuh, das passt ja. Heißt, hier haben wir zum Beispiel zwei Minenangrenzen in diesen allen Feldern hier und hier haben wir drei angrenzen, da eins. Und so weiter. Und da hat O-Saft schon direkt das erste leere Feld gefunden. Da ist auch eine Mine. Da wissen wir genau, dass hier eine Mine ist, weil hier ist eine zwei. Und hier ist nichts, warte, daneben ist nichts. Und so weiter. Und ich finde es echt schön, dass man das im Koop spielen kann. Heißt, hier ist wieder eine. Auf jeden Fall, weil wir hier eine zwei haben. Nee, muss nicht, Marlotte, da muss nicht unbedingt eine sein. Warum nicht? Hier, hier ist nur zwei. Ja, aber... Achso, ja, okay, da muss da eine sein. Ja, ja, gut, okay. Tut mir leid, ich bin unwissend. Erstmal zünden. Peng. Ich hab nichts gesagt. So, ähm... Da haben wir da eine. Da haben wir zwei. Hier eine sein. Das heißt eigentlich... Dann clear sein. Dass hier nix ist. Ja, oh Gott, ich hatte recht. O-Saft ist natürlich viel besser, als ich in Minesweeper. Ja. Er hat das trainiert. Aber sowas von. Dann haben wir hier zwei. Da grenzt uns schon zwei an. Da heißt das nix. Oh Gott, eine drei. Drei macht mich immer nervös, O-Saft. Gott, ja, ja. Was heißt auch eigentlich, dass hier nix sein kann und da kann auch nix sein. Ja, Morado. Dann kann hier... Warte, dann muss da das sein. Guck. Wegen der Eins. Müsste das clear sein. Oh Gott. Alter, Explosion. Werden wir das Ganze hier lösen ohne eine Explosion? Bei Trätselraten hier. Hier sind auf jeden Fall zwei Minen. Da ist eine Eins. Heißt hier oder da ist es... Äh... Das heißt, hier ist auf... ist TNT. Okay, tschüss, mein Dard. Heißt, da ist TNT. Okay, O-Saft, löse es. Soll ich es wirklich noch lösen oder... Okay. Ich hab's jetzt absichtlich gemacht. Ja, das war natürlich absichtlich. So, machen wir noch eine Runde direkt, oder? Ja, es startet direkt wieder. Wir versuchen es einfach. Wir können auch eine andere Map nehmen. Warte. Es gab eine zweite Map. Geben wir mal einen Hup. Bisschen Abwechslung. Hup. Oh Gott. Oh Gott, jetzt muss ich erst mal wieder dieses Minispiel-Gedöns finden. Ja, jetzt hab ich grad noch das andere Text weg drin. Äh, das Ganze, ihr seht grad die Lags. Das liegt an der Lobby. Das Ganze gibt's nur auf dem US-Shotbow-Server. Auch dem EU-Shotbow-Server ist es down. Also us.shotbow.net. Yes. Auf EU gibt's das nicht. Erstmal Spiel bleibt wieder hängen wegen dem Server-Ressource-Pack. Läuft alles flüssig. Bei mir hat alles funktioniert. Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha. Ha-Ha-Ha-Ha. Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha. Ha-Ha-Ha-Ha-Ha. So. Party. Inweid. Orangensaft. Ich klicke es an. Ich klicke es an. Und Jong! Jong! Hahaha. Und wir waren gerade eben da Und dann nehmen wir jetzt das Die ist aber, glaube ich, größer Ja Aber guck mal, wir sind in der Stadtpause-Lobby Guck dir das an, ist das nicht hübsch? Alter, das ist aber die alte, oder? Ja Überall sind Zahlen, oh Gott, gut gehackt Wollen wir die Minendichte verringern? Bei so einem großen Ding Ja, ja, mach auf Meins to chain Mach, halbier es einfach mal, oder? Auf fünf Mach sieben, sieben ist schön Äh, ich glaube, zehn ist es minimal Ich habe hier nur Prozente Und das ist gerade schon bei zehn Okay, es geht schon los, okay Guck mal, da ist eine Mine Geil Und hier ist auch eine Mine Heißt, dass es da keine ist Und da ist auch nichts und da ist auch nichts Und hier ist was und hier ist Was genau? Nee, hier muss nichts sein Aber hier muss was sein Nee, aber doch, doch muss Da muss was sein und dann kann hier nichts mehr sein Und hier auch nichts Oh, oh Gott Ja, nee Hier muss auch was sein Hier muss auch was sein Hier muss auch was sein Und Da kann was sein Da kann was sein, ja Kann man verschieden markieren? Nee Nee, leider nicht Mach mir mal lila für kann Okay Dann, ähm Da muss mindestens eins drin sein Da ist eine drei Aber hier ist schon eins auf jeden Fall Ach Gott Das ist blöd Das ist alles wie nichts aussagend Da muss was sein Immer da Du Pfff Das lila war für kann Ich mach's weg Ich mach's wieder weg Nee, entmarkier das hier Das hier einfach Wir gucken da einfach später nochmal rüber Du kannst jetzt auch alles wieder markieren Ich erlaube es dir Dankeschön Vorher markier ich dir alles weg Vor der Nase Haha Aber da muss nicht überall was sein Warte, hier darf, hier muss nichts sein Genau, hier darf gar nichts sein Weil Hier muss nichts sein Ja Ja, okay Ich hätt's auch gesagt Aber ich trau mich nicht mehr Nachher flieg ich in die Luft Das ist ein brutales Das müsst ihr ansonsten im Zweifelsfall abbauen Äh, hier muss was sein Dann darf hier nichts sein Ja, ich wollt's auch Dann darf Nein, nein, da darf auch nichts sein Genau Dann ist hier auf jeden Fall eins Heißt aber auch, dass da keins ist Genau Und hier kann dann auch nichts sein Okay, heißt das was Da muss ein zweites dran sein Da ist auch was Und ein zweites in die Richtung Kann nur hier sein Nee, kann auch in die andere Richtung sein Nee, aber hier Guck mal, die zwei Die zwei kann nur noch da sein, oder? Achso, genau Dann kann nur da was sein Und dann kann hier nichts sein Alter Wir sind echte Experten Und hier muss was sein Und hier Und hier Und hier Hier Und hier Und hier Ich markier schon mal die ganzen Ecken Einfach so Weil es Spaß macht Ecken zu markieren Das hier weg Das hier kann auch weg Ich hab Angst Auch wenn da nichts einwirkt Ja, das muss ja alles weg Oh Gott Oh Gott Das war knapp Das war Da wäre fast ein Minenunglück passiert Ja, Mann, Alter Wir könnten hier Echt in die Armee eintreten Als Bombenentschärfer Ja Warte, das sind zwei Alter Die Map ist einfach viel zu groß Für uns beide Kann das sein Guck mal Guck mal Wie riesig die Map noch ist Ich weiß eigentlich, dass da eins ist Und da kein Ach, Gott sei Dank Der Tod ist einem Stets auf der Spur Das heißt das da Und da nix Ebenfalls hier nix Und da sind drei dran Also da auch nix Okay Das Minenfeld wäre gelöst Oh Gott Oh Gott Hier muss es safe sein Die Sache ist Explodiert man beide Wenn man direkt dran steht Naja, wenn wir direkt Beideinander stehen Könnte es sogar sein Wir spielen Im Spielmodus Gerade das erste Mal Müsst ihr wissen Ja Aber ich muss sagen Das ist an sich Ganz cool Also das ist Das ist ein Korb Das ist richtig cool Da darf nix sein Wenn da die Markierungen Von Ursacht stimmen Müsst hier eins sein Man muss sich vertrauen Leute Man muss sich vertrauen Ich glaube mit Leuten Die man nicht kennt Ah, nein Das war das Immer stirbt Maudado Maudado kann einfach Kein Minesweeper spielen Der ist nicht gut da drin Ich habe nie Minesweeper gespielt Ich schon Ich habe sogar einmal Auf meinem Kanal gebracht Ja, zweimal glaube ich sogar Zweimal Ja, weil ich nicht wusste Was ich aufnehmen sollte Da kann man natürlich Zuerst Minen-Sweeper In den Sinn So, hier muss nicht Darf nicht sein Hier Oh, ne Hier muss ja Bis der Spectaten Spektate War schade Nur von oben Durch das Glas Hallo Ursache Ja, da kannst du sehen Wie ich mich hier durch die Gegend klicke Cookie-Clicker Sag ich da nur So, hier Guck Das mach ich weg Und hier muss was sein Und hier muss auch was sein Und Oh Ich weiß nicht weiter Maudado Hier muss was sein Hier darf nichts sein Oh Gott Das war knapp Das war echt knapp Hier darf aber nichts sein Ha Und dann darf Oh, ne Hier darf auch nichts sein Hä Hier, okay Okay, jetzt wird es riskant Da muss was sein Und da darf nichts sein Oder So, hier muss was sein Hier muss was sein Ja auch Hier muss was sein Hier Hier Klack, 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 klack Gott ist die Map groß Ja Da hast du es auf alle Fälle Oh, saft es noch schaffen Die Minen zu entschärfen Da ist eine Mine auf alle Fälle Hä, warum siehst du die? Achso Schlag mal drauf, oh, saft Nein, lass es Ah, kannst du nicht mehr auslissen So Hier, hier, hier Oh Gott Alter, das ist einfach viel zu riesig Oder? Wo hast du diese riesige Map? Du hast gewonnen Ja Hab ich was kaputt gemacht? Nö, nö Ich glaub die Zeit war ober Ober Achso Das ist einfach ein Wettrennen Ja, nee, das ist Korb Echt? Ich hab drei Bett markiert Nein, das ist wahrscheinlich gegeneinander Aber wir haben schon Skorb gespielt Ach, wo ist die Mine, an der ich mich umgebracht hab? Aber da, ich hab hier 4.411 Punkte Du hast ja auch immer alles markieren dürfen Oh, Hilfe Ja, gut Ja, gut Dann würde ich sagen Das war mein Zwiebel Ihr könnt selbst mit euren Freunden Auf dem us.shotbow.netz Spielen Viel Spaß Aber spielt bitte nicht gegeneinander Spielt immer nur miteinander Immer miteinander Es gibt keinen Gewinner Ihr solltet nur aufpassen Dass ihr eure Freunde Heil da wieder rausbringt Ja, richtig Spreng wir uns schnell Das ist das Wichtigste Wer zuerst eine Mine findet Hab eine Warte mal Leute Ich wollte es ausprobieren Ob wir zusammen sterben können Oh Tschüss Schaut bei OSA vorbei Ihr könnt seine Mainz Tschüss 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 Vielen Dank.